Willkommen wieder bei einer Runde Overwatch mit Ari, wir spielen auf der neuen Map mal wieder am Start mit Hans McQueen, so McQueen spielen wir, McQueen, yeah, wir haben eben schon darüber mal geredet, so nebenbei, ich finde die neue Map irgendwie nicht so nice, ich auch nicht, aber vielleicht kommt das noch, wenn man sie besser kennt, ich weiß, also aktuell gefällt mir sie noch nicht so, noch nicht so, noch nicht so, ja auf jeden Fall, ich habe ein neues Wasser eingestellt für McQueen, hier, das ist so ein kleiner Punkt, einfach nur so, bam, 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 am besten soll der kleine Punkt am besten sein für Dings, wobei, ja, man kann hier ja die Dings auswählen, Leute, Punkt, da gibt es aber Leute, die meinten, dass das Fahnenkreuz, nicht das, es gab auch so ein kleines Fahnenkreuz, Kreis und Fahnenkreuz, nee, ich weiß gar nicht, wo das war, Standard, Kreis, oder könnte man den Fahnenkreuz nochmal einstellen, Fahnenkreuzlänge, ah, ja, aber ja, ich stehe jetzt gerade wie so ein Doofmann allen, egal, ich lasse das bei ihm so, das geht auch, und das soll besser, ah, Panik, Mann, natürlich, blöde Sombra, ey, Mann, ey, ich bin ja nicht so der beste McQueen, ähm, ich versuch's aber trotzdem, ich hätte mit Fahnenkreuz anders einstellen sollen, aber egal, ich lass das jetzt so, ich wollte die Mercy, ich bin tot, nein, da hinten steht eine Widow irgendwo, Hilfe! Ihr seht, ich hab daneben geschossen wie so ein Doofkorb, leider, Leute, da steht eine Widow, also, leider, da steht eine Widow am Osch der Welt, sag ich mal so, Ziele erfasst, Genervtvoll! Oh, jetzt hat's mich echt rausgeschossen. Wird doch's nerven richtig auf der Map. Tschöko. Und zwar das ist für die dreckige Lache. Ja, sie hat halt versucht, mich zu erschießen, aber ich bin rumgehüpft wie eine Doof. Ey, ich treff manchmal gar nicht, ich treff manchmal gar nicht, so kein Schuss geht rein. Mega blöde. Das ist, weil ich ein Nullblödmann bin. Weil du nur Blödmann bist. Weil ich einfach nur ein Blödmann bin. Oh nein. Wir haben einen Teleporter. Na, wo geh ich denn mal hin? Wo haben sie denn den Teleporter, dass sie gut ist, zu schreiben, irgendwie? Wahrscheinlich da oben bei Widow. Woh! Wird nicht behaupten. Nope. Leider nein. Ich bin den aber auch nicht. Auf dem Wasser. Dann darf er auch ruhig bleiben, eigentlich. Nein. Bin tot, nein! Die hatten ja doch Nippen. Was haben die? Ja, die Widow hat mich gekillt von hinten. Die ist immer noch da oben. Hör? Ich hab gedacht, die hat mal irgendjemand gekillt, aber nein, es schiebt da immer noch. Sie haut immer ab. Aber ich weiß nicht, wohin. Tötet sie. Ich weiß nicht, wo sie hinten abgehauen ist. Immer wenn ich sie halb tot habe, ist sie plötzlich weg. Da hinten. Ich schieb dann mal. Ey, ich krieg die nicht, sorry. Ich hab kein Aiming gerade, so gar nicht. Also, ich hab gerade einfach kein Aiming, das ist mein Problem. Deswegen bin ich gerade unbrauchbar, sorry. Alles gut. Und die steht ja immer noch um, ne? Ich würde die so gerne töten, ne? Mein Problem ist gerade die Sombra, die mich alle fünf Sekunden hackt. Loser! Ich hab die... So ein Loser. Okay, ich hoffe. Wo komm ich hier eigentlich hin? Ah, okay. Lacker Sombra. Ich hab meine Ulti, die würde ich eigentlich gerne verwenden. Ich hab sie auch, ich hab sie auch. Ja, wie die einfach sich ins Leben verpieselt haben. Wie ärgerlich war das denn? Ulti war kackt, oder wie? Ja, leider. Leider verkackt, ja. So, wo sind sie denn alle? Ich glaube, ich hab meine Ulti rein. Allein schon, um die Dinger dann wegzumachen. Die ganzen Minen, die haben doch noch mehr so Nähtraue. Ne, haben sie eh nicht, okay. Aua! Na, die ist schon down, die Dinger. Ja! Ich schieb mal so lange. Ich bin gehackt. Ah ja, klar. Ich hab ein Sombra, äh, Mollra meine ich. Ja! Ich hab Leute getötet! Mama! Na, 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 na. Wir gewinnen. Ey, wenn du, jetzt, jetzt hast du's gesagt. Ich glaub. Ja. Ich hab Gold in der Limitierung, ja. Ja, ich hab gar nix gehalten, aber ich brenn wenigstens. Ich hab die ganze Zeit ja richtig kacke geämpelt. Am Ende hab ich noch ein paar Leute jetzt gekillt. Musstest dich halt auch erst einspielen. Feiner Wow-Talk. Fein gemacht. So, liebe Leute, wir hängen noch eine Runde ran. Natürlich leider Verteidigung, ne? Wer hätte das gedacht? Äh. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ich hab grad einen, äh, NPC getötet. Ich bin der Beste. Was? Aber nicht so nett. Ich weiß, ich bin halt einfach ein böser Typ. Mann, das ist echt blöde hier alles. Mich ärgert das. Was ärgert dich? So, willkommen zu einer neuen Runde Overwatch. Was soll ich da, neue Runde? Äh, zweite Runde. Wir verteidigen jetzt das einmal natürlich. Au, da war ein Gegner. Ich geh da mal weg. Blöder Zwerg, verschwinde. Mann, überall Gegner. So, ich hab dich geschützt vom Zwerg gekehlt. Sehr gut. Und ich hab denen den Kampf gewonnen. Ich treff einfach wieder nichts. Das ist mein Leben. Wieder nichts am Treffen. Nein, 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 nein. Der Zwerg hat mich erwischt. Der ist irgendwo rechts gewesen. Ich hasse ihn. Ah ja, da hinten. Den mag ich nicht. Schüttet den Zwerg. Ich komme. Heute durch. Infrasicht erhalten. Wo sind wir denn? Ah. Meine Barriere fällt bald aus. Ich hab mich runtergeschubst. Nein. Nein. Ah, ich dachte, ich krieg die Mercy noch. Ärgerlich. Ich kann sie verprügeln, Leute. Wurde aber nichts. Mich nervt ein bisschen der... Ja, alle eigentlich so. Nein, der Reinhardt. Ich hasse das. Ich kann meine Ultini richtig machen, weil er sein Schild dann da immer vorhält. Aua. Ich komme nicht mehr weg. Ich kann nichts machen. Das ist echt blöde. Ich hab noch keinen richtigen Kill gemacht. Ich hab gerade irgendwie auch Probleme. Ich hab noch... Ah. Okay. Alles auf Anfang. Und... Wir sind am Checkpoint. Yep. Problem, der Reinhardt ist da leider obendrauf. Ich kann ihn nicht wegchargen. Ich bewege. Soll ich schon mal Heilung, Leute? Jetzt gibt es eine Abkühlung. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Ah, der... Unser Reinhardt ist tot. Okay. Ja, ich bin tot. Ich dachte, der Gegnerische. Aber okay. Mann. Ich bin leider auch nur Hobby-Reinhardt. Das ist mein Problem. Ich kann den nicht. Ich kann halt nichts machen, ne? Wenn ich was machen will, dann macht der Reinhardt da was oder das geschützt wird. Ich muss jetzt auch wechseln, weil, äh, ja. Die frieren mich ein und dann kann ich nichts mehr machen. Ich kann nichts machen, weil das Geschütz mich sofort in Visier nimmt. ja. Bam, Alter. So, ihr Loser, Alter. So, Goldmedaille, warm, Alter. So, wer will noch Stress, hä? Der Zwerg, nimm den Zwerg. Was ist denn das Geschütz? Was willst du, du blöder Reinhard, Alter? Bam, bam, bam. Auf sie mit Gebrüll. Ich bin gerade echt zu nichts zu gebrauchen, es tut mir leid. Bam, Alter, bam! Juck mich nicht. Einfach kill, ja? Bam, Alter, bam, noch mehr Töten. Ja, Leute, jetzt rassiert. Jetzt bin ich sauer. Okay, wütend. Wenn ich sauer bin, dann ist es vorbei. So, schön, reiner down, Freunde. Folge, ich dachte, ich bin ja auch viel jazzischen Jäger. Wie ist das Ganze? Tschüss, ich bin jetzt in der Küche voran! Ich bin jetzt in den Küchen voran! Jetzt gibt es eine... ...dich nach sterben. Ich bin jetzt... ...dich... 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 Jetzt bin ich tot. Killsweg 16 Spieler. Ah, schön. Ja, Leute, das passiert, wenn man mich abfällt. Dann töte ich alle nach und nach und nach und weg. Ah, schön Uiti-Kill gemacht. Ich brenne. 17 im Jahr. Zwei Gold mit euch und dann killst du dem Dämmel. War ja klar. War ja gut, war kacki, kuckerei. Du hast ja deine Ulti-Schon-Lieder. Natürlich. Läuft. Ich wollte nur die Heilung holen. Dann wurde ich gekillt. Oh, ist da gerade geschmolzener Kern oder so? Ja. Du hast es spät gemerkt. Advent, Advent, dann nicht leimbren. Mann, das, mich nervt jetzt schon wieder. Was nervt dich? Was machst du wohl, dass du schwitzt? Abküdo. Boah, dieser Reinhardt, ne? Nein, ich konnte kein Ulti mehr zünden. Ah, ich fühl Verteidigung auf dem Map richtig kacke, um ehrlich zu sein. Ah, ich glaub, es geht schon. Aber man muss halt richtig aufgestellt sein. Oh. Vierfach? Natürlich. Bäm. Geweckt. So. Das war eine Runde wieder Crazy Daisy hier. Loopbox. Weißt schon Bescheid. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.